Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Survival Games auf der Map Vulkan of Death Ich hoffe, dass das jetzt mit der Facecam funktioniert Ich habe hier jetzt eine Facecam, die ich mit OBS aufnehme Ich meine, das OBS erkennt meine integrierte Kamera, lustigerweise die anderen Programme nicht Aber ja, wir haben eine Lederkappe, jetzt gewinnen wir Ja, mit der Lederkappe reißen wir alles So, ähm, und, ja, keine Ahnung, wie soll ich sagen Ich habe das jetzt vorhin gerade getestet Ich hatte wirklich zwei monstermäßig gute Endergames-Runden Jedoch muss ich sagen, dass ich mit OBS versucht habe aufzunehmen und das keine so gute Idee war Ähm, denn danach kam irgend so eine Datei raus, die irgendwie nicht ganz so funktioniert hat Ähm, und ich konnte damit auch irgendwie nichts öffnen Das war so eine Flash-Datei und Ja, dann wusste ich eben nicht, was ich tun sollte Super, die Aufnahme war quasi für den Arsch Dafür haben wir jetzt ein Eisenschwert Das muss ich sagen, ist jetzt nicht so schlecht Da habe ich schon schlechtere Sachen bekommen Ähm, ähm, und ja Das ist halt so ein bisschen Ich meine, wie willst du das auch machen Wenn du das erste Mal mit einem Programm aufnimmst Und du kannst ja nicht ahnen, dass jetzt die Monster-Runde kommt Sonst hätte ich vielleicht auch noch mit Fraps aufgenommen oder so Aber das Problem ist eben, du kannst es nicht ahnen Gut, dann dachte ich mir so Ja, ist okay Nehme ich einfach mal noch eine Runde auf Diesmal nochmal mit OBS Aber ich versuche andere Einstellungen Ähm, das klappte auch nicht So, wie ich das wollte Hey, Teams sind hier verboten, Mann Checkst du das eigentlich nicht? So, und er ist tot Perfekt Schnell ausrüsten, Leute, schnell So Ähm, was zu essen? Gut So, perfekt Gut, wir haben noch ein Herz, Leute Der hat uns echt gut gehittet Wir müssen uns jetzt einfach mal verkriechen Dass uns hier Keiner bekommt Ähm, okay Jetzt haben wir auch noch einen Bogen Ein Bogen ist toll Ein Bogen ist schön Ich mag Bogen Und deswegen Mag ich Bogen So Bögen natürlich So, wenn wir noch ein Eisen finden würden Dann könnten wir uns ein Feuerzeug machen Außer wir finden ein Feuerzeug Das weiß ich noch nicht Eine Angel wäre auch cool In letzter Zeit angele ich nämlich so ein bisschen Ich angele nicht Komm her Ja, ich ahne dich So Erstmal hier Fleisch reinpfeifen Und dann kommen wir hier rein Und was ist da drin? Nochmal ein Fleisch Ähm, ja Das waren wirklich zwei Ähm, Runden Wo du dir sagst Sowas Ähm Spielst du nicht oft Und dann auch noch hintereinander Hätte ich nicht gedacht Aber Gut Wie es das Schicksal eben wollte Hat das nicht so funktioniert Komm her Komm her Okay, er rennt weg Weil er weiß, dass er keine Chance hat Michi Bitte was Er schreibt zu mir Noob, weil ich ihn mit dem Bogen abgeschossen hab Okay Oder ist das der überhaupt? Ja Und dann schreibt er zu mir Noob Und selbst macht er es auch Läuft bei ihm Läuft bei ihm So Und tot ist er Gut Jetzt kann er mich ja ruhig weiterhin als Noob beleidigen Ich hab ihn ja getötet Er mich nicht So Naja Diese Leute, ne Diese Minecraft-Spieler von heute Da denke ich mir manchmal so Ähm Ja Da gebe ich einen Fick auf die Weil ich mir denke Manchmal Oh, hier ist eine Angel Moment Da mache ich so wie in Endergames Dann kann ich mich nämlich ein bisschen besser konzentrieren So Dann denke ich immer Hier habe ich so mein Radar Und da ich ja auch sehr viel Endergames spiele Ist das natürlich nicht schlecht Das Eisenschwert ist echt gut Aber unsere Ausrüstung so Ich weiß nicht Schuhe haben wir nämlich überhaupt keine Also Auch überhaupt nicht Sehr, sehr gut Wir treffen überhaupt nicht mit dem Bogen Okay Okay, aber den haben wir Tot Ja klar, tot Ähm, den haben wir tot Aber Schuhe haben wir jetzt auch Okay, perfekt Ja gut, dann ist es Vielleicht doch nicht So schlecht hier Die Runde So schlecht war sie nämlich nicht Weil einige Spiele haben wir ja getötet Was vielleicht doch noch gut wäre Weil wir haben komplett Iron quasi Weil die Goldschuhe sind ja Gleich gut wie Iron Schuhe Jetzt muss ich nur ganz kurz überlegen Ist da noch was drin? Ne Ich schmeiß hier einfach jetzt mal die ganzen Sachen weg Das hier brauche ich nicht Oh, ein Feuerzeug wäre echt gut Packe ich den Kuchen Den bräuchte ich auch Ähm, weg damit Weg damit Zwei verbleibende Spieler Okay, es wird also ein 1 vs. 1 im Deathmatch werden Ja, mal gucken Ich schreibe einfach mal Good luck Good luck Und bin einfach mal gespannt Wie das jetzt werden wird So Wer unser Gegner sein wird Ob der eine OP-Ausrüstung hat Oder eher nicht so Okay Oh Okay, das ist eine große Eine ganz schön große Arena Die gefällt mir aber eigentlich sehr Vom Aufbau So 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 Und GG Das war's dann Das war's dann Das war dann so ein kleines Bogenduell Ähm Habe ihn schön in den Lauf geschossen Das war's nun richtig Ja Bäm Mache ich mich noch schnell nackig Juhu Nacki 3 durch die Welt Hey Das geht ab Wir laufen nackig rum Wir sind ein kleiner Flitzer Wir flitzen durch die Arena So Upsale Jetzt gehe ich hier mal zum Spawn Gut Die Runde Survival Games hätten wir dann gewonnen Oh Mir tut das so leid Ich hätte euch so Unheimlich gerne diese Endergames Runde gezeigt Die war einfach Wir haben die Leute irgendwie totgeschlachtet Zerberstet Was auch immer Aber Wieso Immer bei so gut Runden klappt irgendwas nicht Entweder der PC hängt sich auf Und der Strom fällt aus Und die Aufnahme klappt nicht Oder es wurde nicht aufgenommen Oder ich zeichne nicht meinen Ton auf Gut Naja Was soll man machen Ich würde einfach mal sagen Leute Das war's Wenn es euch gefallen hat Lasst ein Like da Und ich würde sagen Macht's gut Haut rein Und Ciao Wieso Tschüss.